Mein Name ist Inge Traut Brübach. Ich bin die Inhaberin der Firma Brübach GmbH. Dies ist Herr Schmidt, unser Betriebsleiter, der für alle Aufträge zuständig ist. Die Firma Brübach wurde 1949 gegründet. Seit 1986 ist sie an ihrem aktuellen Standort der Lehenthalstraße 15 in Kassel zu finden. Der Betrieb geht mit der Zeit immer wieder neben Mitarbeiter und Geschäftsführung an diversen Schulungen und Lehrgängen teil, um stets auf dem neuesten Stand zu sein. Auch die technische Ausstattung des gesamten Unternehmens wird ständig aktualisiert. An die Marktlage angepasst, sucht die Firma Brübach jederzeit neue Herausforderungen und kommt auch gern speziellen Wünschen ihrer Kunden nach. Ein starker Auftritt im Lackierungssektor ist dem Unternehmen ebenfalls wichtig. Bei Fragen rund um die Karosserie und Lackierung von PKWs und LKWs sind sie beim Team der Brübachs somit genau richtig. Das Handwerk steht für Qualität.